sind wir zwei vier sechs, Simon! Es ist mein! Ey du warst tot! Ey, ich mein ich war das nicht. Ich bin mal den Ersten Laufen. Los! Sorry, ich hol auf. Eddy im Turm. Haben wir jetzt drei Traitor, nein ne? Alter. Alter Eddy, was ist mit dir? Ich schieß mich einfach rein. Ah,チャpsich! Ich hab dich nicht angeschlossen. Juhu! Marvin? Was ich könnt, ich war das nicht! Marvin mit dir redet... LOL! Man, ich hör nur Dubstep alter. Jaja, das ist keine Chance. Oh no. Es muss jetzt einfach sein. Nein! Och! Wie viele leben noch? Eine Frage! Okay. Oh nein, alle tot oder was? Ja. Willst du? Willst du noch? Substep wird lauter. Nee. Ah. Die Tonne. Wupp, 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 wupp. Wow, wow, wow. Oh. Ey, hab ich dich nicht einmal getroffen? Also, ich find das Chaos ganz gut. Mann, nein! Nein! Ist der down? Okay, Simon ist aus dem Spiel, er ist abgestürzt. Kript, Simon. Er wollte mich unterhauen, aber er ist selber gefallen. Komm nicht raus, Alter. Den Detektiv, den wollt er killen. Wo ist er? Ach so heißt das? Ach du ist Marcel. Hä, wo ist denn hier ne Leiter? Komm hier nirgendswo, ach da. Boom. Alter. Ja Achtung da ist auch ein Achtung. Er läuft direkt dran vorbei. Bist du jetzt weg? Ja gut. Ja ich bin weg. Tschüss. Alter. Du hast auch kein Charme an den Dingern direkt dran vorbeizugehen oder? Es sind überall Errors bei mir, ne? Das ist so ätzend. OI! Wird man dubstepped? Oh mann. Ich hab den Detektiv gesehen. Er stand mir der Duftegang hinter mir und ich hab ihm One-Shot-Digle-Shot gegeben. Er hat mich voll erschrocken. Nein ehrlich nicht. Er hat mich erschrocken. Nein, ich bin Eno. Er hat mich voll erschrocken. Er stand, ich hab ihn doch nicht identifiziert. Er stand hinter mir. Ich bin es nicht. Hör auf. Ja, komm. Gebe ich noch mal ein bisschen raus. Das würde ich jetzt auch sagen, jetzt an deiner Stelle. Das reicht's. Du mich schießt auf mich. Du mich schießt auf mich. Ja du hast auch geschossen. Entschuldigung, ich schießt auch. Ich hab dich nicht. Hä? Was laberst du für eine Kacke? So. Bin schon wieder da. Mal kurz auf Toilette. Au! Wer lebt noch? Du hast mich getötet. Ich. Wer lebt sonst noch? Okay, Marvin ist es. Ja, ich wusste es. Ich hab René getötet, also ich bin es auf jeden Fall nicht. Dann muss es Dominik sein. Ja, tötet euch mal. Alter, es packt so gut mir, ne? Unnormal. Kommt man hier hoch? Was? Bleib dich? Also nur noch wieder drei Leben. Ja. Wollt'n ihr? Alter, ich komm ihn einfach nicht. Error. 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 Sag mal. Error. Statt neben dir. Ich sag René schießt. Dominik ist es. René schießt weiter. Dominik ist es. Ich hab das schon bemerkt, aber ich dachte mir so. Hä? Er schießt auf mich. Marcel zieht auf mich. Was ist los mit dem? Ich hab da nur geguckt, Simon. Das sah richtig so aus. Ja, ich hab doch nur geguckt, Simon. Alles klar. Alles was du machst, ist einfach verdächtig. Tschüss. Ich hör mal. Digga, ich kann mir nicht rüber. Was sagt Eddie Kessler mit... Eddie Kessler mit... Eddie Kessler mit... Eddie Kessler mit... Der timet mich ja ständig out. Gott. Gott. Boah. Ich hab dir mal ganz kurz ins Traitor-Menü, ne? Ja. Das schon. Okay. Glaub ich dir mal. Achso Flo töten? Ist das Traitor? Ja. Gute angeschlossen. Ach. Guck an. Mit einem blauen Helm auf dem Kopf. Ah, okay. Ohhhh. Einer, einer? Aha, aha. Aha. User entered your channel. Warte, fuck. Der war jetzt nicht mehr. Der Scheißer war ja nicht zu viel. Das ist einfach... Was ist da jetzt eigentlich zwischen Dominik und Lukas passiert? Lukas passiert? Lukas passiert ja sage. Ich bin dann geraged, äh, geschießt und rausgegangen. Ja, weil, ich war ja innocent, ich wollte ja nur trollen. Ich hab ja nix gemacht. Wenigstens gib das zu. Ja, ich hab ja, ich hab doch nix gemacht, Alda. Rechts ist. Rechts ist. Rechts ist. Das sagen sie alle. Ne, gekillt hab ich nicht. Hab ich überhaupt getroffen? Ja. Florian, bist du etwa innocent? In die Luft gesprengt, weil ich es nicht mehr ertragen kann. Alter, ich krieg, ich lauf an dem Fass vorbei und krieg Schaden. Nice. Ich hab's nicht angeschlossen, auf jeden Fall. Ne, äh, es war kein explosives. Ich glaub, ich spinno. Puh. Spinno? Oh, geil. Ich bin runtergefallen, ich bin irgendwo runtergefallen. Hast du schön gemacht. Auf 40 runter. Cool. Warte. Warte. Ich bin fast hier rum, alter, geisteskrank. Alter. Marcel, ich schieß drauf. Du was. Erschreckt mich doch nicht. Alter. Das ist voll gefährlich. Da oben fliegt der Detektiv. Nein. Das ist der fliegende Detektiv. Jemand ist verrückt. Klar ist er verrückt. Das ist doch schon in seinem Namen mit drin. Oh. Was? Heiner? Guten Tag. Ne, hier. Oben drauf. Achso, wie bist du eingekommen? Ja. Achso. Oh. Ohne. Ich hab grad eben Schüsse gehört. Marvel, ich trust dir einfach mal, ne? Ja, ja. Was dir auch mal ne? Florian, warum hast du so viel Schaden? Ja, fick dich. Was? Ich bin doch runtergefallen bei dir, da hab ich hochgegangen. Und dann... Florian, war ein bisschen fast rot, hm? Weil ich wohl runtergefallen bin. Weil ich einfach keine Text... Weil ich einfach keine Texturen in dem Spiel hab. Du kannst ja gerne mal auf meinen Settings hier spielen. Das ist ganz schön lustig. Hat was von dem Drogen... Hier ist jemand gestorben. Ja. Ist er. Du hast dann getötet. Ne, ich nicht. Ne, geschrotzt. Ups. Falsch gelesen. Ich glaube Marcel ist es. Der ist so ruhig und läuft so versteckt. Weil ich einmal ne Runde leise bin. Ja. Ja. Wie meine Beschuldigung vorhin an dich denn? Die Runde? Äh, Quatsch. Nein. Es war, äh, Florian. Ah, ist der tot? Ja. Also, René ist safe. Schön, dass du erstmal meinen Namen sagst. Ja, sorry. Ist das jetzt schon so gemacht? Ja, immer noch Steffen. Ja, Steffen. Ne, komm mal hier unter den Turm. Du bist ganz schön rounded. Ich will die Texturen machen. Wer ist denn eigentlich tot? Ja, wo ich oben drauf bin. Ja, Simon. Oh nice. Und Florian. Also ein Traitor und ein No. Ja, mach das mal unter euch aus. Du bist aber proven oder was? Es detective, Mann. Es leben noch 4 Innos. Und, und, es nehmen noch 4 Terroristen und darunter ist einer Traitor. Dominik, willst du dich mal bewegen? Du stehst hier jetzt an einer Stelle rum. Ja, weil ich gerade auf Tab geguckt habe. Ja. Es nehmen noch 4 Terroristen und darunter ist einer Traitor. Ja Marvin, dann geh mal hier runter. Was, warum? Wieso sind sie zu zweit? Ja, weil ihr euch da unten bekämpfen sollt. Ich weiß ja nicht, ob ihr inno oder treter seid. Weil ich bin safe inno. Nein! Das wäre gestorben. Ich glaube, ich glaube, irgendwie Lukas ist runtergefallen. Zumindest hat sich die aus der Richtung gehandelt. Lukas ist hier, ne? Ja, hier, das war Deathbringer. Marcel war es, Marcel war es. Der ist im Turm drin. Ich schieße den Ball an. Bist du in den Double Towers? Äh, ne. Nicht drinnen. Soll ich draufstehen? Ja, ok. Fällt der Waffe. Ich bin runtergefallen. Nein. Wow, ich habe ein Equipment-Post bekommen. Wiss doch, ich habe irgendjemand fallen und sterben hören. Ja, das war ich. Das Fallen habe ich nicht hören. Boah, so ein Scheiß. Ja, Marcel war ganz schön kacke. Ich kann das Spiel... Los. Wow. Hi, na? René, ich bin bei René. Wenn ich tot bin, ist es René. Wenn ich tot bin, ist es Lukas. Nee, das stimmt nicht, weil ich proven bin. Wieso bist du proven? Weil ich das sage. Also Dumme hätte ich mich jetzt gerade ganz easy machen können. Hätte ich das? Oh. Ja, hätte ich. Ich weiß immer nie... Ich weiß immer nicht, warum ich... Ah. Warum ich hier hochgehe. Wenn ich da sowieso nirgendwo hinkomme. Ah. Ich bin eindeutig verwirrt. Simon, okay. Tschüss. Tschüss, Simon. Ist mit Simon irgendwas? Ich starte kurz mein... äh... Ohne was zu sagen, tust du das einfach. Ja, ich würde mir sagen. Ich glaube, er ist ein Traitor. Einfach gemutet und dann ist er hier im Spiel, weißt du. Boah. Digga, wer kommt denn hier hinterher? René, vorsichtig. Keiner. Wenn ich tot bin, ist es René. Ja, ich bin's aber nicht. Hast du ne Sniper? Hä? Hast du ne Sniper? Nein. Hast du ne Hand? Äh... ne Deagle. Leute, bei mir sind deine Waffen einfach weg. Du hast keine Waffen in der Hand bei mir. Cool. Kein Witz. Kann der ganze Screechart machen? Ja, mach mal. Ich... ich... ich vertraue dir jetzt einfach mal, ja? Also wenn ich tot bin, ist es René. Traitor-Mate, ist das? Jetzt musst du es aber drauf. Ja, die schufen sich so gegenseitig so'n bisschen. Das ist doch ziemlich verdächtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Als Detektiv hier. Ah, bei mir lekt's gerade ein bisschen. Aha, bei dir lekt's. 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 Lekt das Traitor-Menü, oder was? Äh, ne. Allgemein. Für die Grafik? Ja. Ja. Weil, äh, ich lass grad an nebenbei was laufen, wovon ich nichts sagen will. Lukas, lebst du? Lukas. Illegal. Was? Wart der nicht irgendwo nebeneinander? Nee. Ich bin schon da minutenlang weg. Ah, endlich mit Texturen. Texturen! Die map wunderschön aus. Ja, ne? Mmh. Florian, lebst du noch? Ja. Wer ist sonst noch da? Ich! Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Ja. Ne Ahnung. Wenn ich ne Leiche sehen würde, würde ich ja hingehen, aber... Scheiß, bin ich grad nach am Fast vorbei. Okay! Danke Florian! Ne, ich hab nichts geworfen. Ich bin Detektiv, immer noch. Okay, du hast nicht hingeschossen. Zumindest hat's irgendjemand kaputt geschossen. Das war... Alter, wär unten gewesen, wär weggeflogen. Aber hart. Aber hart. War hart. War hart. Hallo Dumme. Mir wird vor wie so ein Tötungs-Denext. Dumme, nicht erschrecken. Ich bin auf nem Dach. So in deiner Nähe. Das... Okay, ich weiß nicht wie ich das finden soll. Alter... Da. Jetzt muss ich nicht mehr mit dieser M-Dings rumlaufen. Von unserem schieb ich Paranoia. Geht nichts. Ich aber auch. Geht nichts. Ist hier überhaupt noch irgendjemand am Leben? Außer Dumme und ich? Ah ok, Florian ist noch da. Ich bin aber Detektiv. Du bist Detektiv. Oh scheiße! Au 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 au. Marcel, bist du noch da? Alter, da ist so ne Turret-Automatic-Gun-Pistole-Dings. Ja? Ok. Ist mir voll hart den Arsch rasiert. Dumme ne... Shit! Nein! Was? Dumme ist es? Oh scheiße. Bin ich mal noch in seiner Nähe gerade. Hilfe! Ich zieh den Kürzeren. Oh nein! Oh nein! Ich schwere diese Sentry-Gun. Oh! Hilfe! Das könnt ihr doch nicht bringen. Ich seh eine schöne Aussicht hier. Wer lebt jetzt eigentlich? Bin ich jetzt mit dem Traitor alleine? Oder wie ist das jetzt? Ja. Ja. Großartig. Das hat mir noch immer im Terminplan gefehlt. Oh, ich höre Sniper-Schüsse. Bin ich. Bin unterhalb der Map. Und unterhalb der Map. Ja. Danke. Ich weiß immer nie, wie man von diesem Turm runterkommt ey. Ich weiß einfach nicht, wo die Leitern sind. Das kann ich mir nicht merken. Alter. Da hat jemand gerade versucht auf mich zu schießen. Oh. Was ist diese Sentry-Gun? Ah! Stirb! Ich hoffe, die gibt jetzt Ruhe. Alter, wer schießt denn da? Ja. Mal ehrlich, das ist voll... Wake up! Da oben! Scheiß Camper ey. Junge, dumme Nick. Du warst so offensichtlich, bist du in diesen scheiß Traitor-Raum reingegangen, ne? Camper, man! Florian, du musst ruhig sein, wenn du tot bist. Ja. Ja, nee, ich saß da die ganze Runde... Ja, du bist am Schluss. Marvin! Hallo? Nicht schießen? Du kannst mir vertrauen, Marvin. Nein, ich vertraue dir nicht. Ich hab's gerade gesehen. Ich hab... Du hast ja Lukas gesehen. Ich traue dir nicht. Was hast du gesehen? Hier und Lukas. Ja, da war ich ja auch Traitor. Hat das deine? Du hast gerade irgendwo was hochgegangen. Ja, ich war's. Hab auf dem Dach noch fast kaputt. Ich mache nix, Marvin. Wirklich nicht. Ich bin innocent. Okay. Was war das? Das, Alter. Ach, die 9-In-Kid-Gun. Ich gehe mal davon aus, dass Marvin und René beide... Florian, du bist da unten gerade. Da sind zwei Leichen. Wo? Einmal geradeaus. 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 Ne. Dreh nicht so viel! Alter! Auf die... Geradeaus. Links! Link! Hallo! Da ist ne Leiche! Da rechts! Auf dem... Genau auf der Ebene! Oh, wer hat das hier kaputt gemacht? Wie tief. Ja, Dominik, ne? So, und jetzt muss da irgendwann noch eine sein. Dominik, ist es. Das ist dann noch von Nehe. Das war übrigens gerade, äh, Detective. Ja, das war der, der vom Bastrennen getötet wurde. Dominik, hab ich dabei angeschossen, wo ich geguckt hab. Hab ich nicht? Mhm. Klar. Bin auch 44 runter. Wie hab ich denn das hingekriegt, Dominik? Sag mir das. Ich weiß nicht, du wurdest es angeschossen, aber ich hab nicht auf dich geschossen. Jojo. Marcel hat auch ne Sniper, das kann auch gewesen sein. Ich war's aber nicht. Ich hab nichts gemacht. Ich such grad die ganze andere Leiche. Ich hab dich doch für die Leiche... Ja, dahin, äh, navigiert. Lukas? Lukas? Jetzt hab ich Angst. Warte, ich glaub hier liegt. Wer ist das? Das ist Simon. Ich wusste doch, dass er umgeknipst wurde. Er hat auch vorher zu reden. Wer ist das da? Ist mir zu riskant, ich suche jetzt die andere Leiche. Wir wissen, wer tot ist. Okay, die ist runtergeflogen irgendwo. Marvin, wenn du irgendwo runtergeflogen... Ach, ne, warte. Warte, warte. Ne, äh. René, wenn du irgendwo runtergeflogen bist, dann gibt's Ärger. Wenn du nicht mehr sichtbar bist, dann gibt's richtig aufs Maul. Du kannst deine Leiche ja nicht irgendwo hinfliegen lassen, das geht ja nicht. Muss ja schon wieder auffindbar sein. Wenn sie runtergeflogen ist, ist es ja irgendwie asozial. Bin zu. Okay, ich glaub, die ist runtergeflogen. René, du bist asozial. Ich bin grad gerade gegen fast gelaufen, hab fünf Schaden bekommen. Ja, das ist genau das, was mir auch immer passiert. Ich wollte wirklich mal gucken, ob mein Schaden bekommt. Ja, gegen gelaufen. Fünf Schaden. Okay. Boah! Boom, 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 boom. Hab mich da umbringend. Rrrrrr, da, 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 Simon! Ich halte mich an Detektives dran. Alter, auf einmal sind da drei Leute. Nein, das tust du nicht. Jo, freitig, weil ich interessant bin. Ja, das kann ja nicht viel bedeuten. Marvin, wo bist du? Bei dir. Komm mal kurz mit, ich will dir was zeigen. Pass, mach, boom. Spreiter, Kollegen. Ja, nein. Er will mir das Item zeigen. War da nicht noch ein Deal? Da war doch... Da war... Ich hatte die Tür, die ich habe nicht. Ich dachte gerade nicht wie wär's, aber der hat nie wartet. Ich hab' Fallschaden betroffen. Ja, ich kann's auch, was ich ausstehen. Ja, ich kann's auch, was ausstehen. Hier, da war ganz eine Fanate, die geworfen wurde. Die wird geschossen. Das ist nicht cool. Ganz cool, die Ecke da. Simon, wo bist du? Musse, wir haben ja schon mal mehr. Du, 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 du. Simon? Was du willst? Bist du das? Jungs, wer ballert da schon wieder rum? Ich hab' ne Rauchgranate. Wurde auf 47 runtergeschossen. Macht Schaden? Au! Sag ich doch. Wusste ich's doch. Ähm... Mavi, warum bist du so hart angehittet? Voll erschrocken, Mann. Ich hab' keine Ahnung. Digga. Was schlechst du so lang? Ich hab' mich voll erschrocken. Ich hab' mich so verjagt, Alter. Warum denn so sneaky? Alter. Komm, rede mal, warum? Mavi, erzähl mal. Ja, ich hab' keine Ahnung. Ich hatte so ne Bombe. Ach so, ne Bombe. Ja. Ich hatte eine Bombe. Bum, bum. Hey, Florian, bitte nicht schießen. Ich glaube, du erschießt. Das war Marvin, der grad' geschossen hat. Hallo, ja. Dominik. Ich hab' Angst vor dir, was du dieses Haus in die Luft bringst. Stimmt, das gibt's ja auch noch. Hat noch keiner gemacht bisher. Muss ich sagen. Au. Aber bei dem Haus gibt's auch drei Punkte, ich weiß gar nicht, wofür der Oberste ist. Und dann gibt es noch den bei dem Laser, das ist mir auch neu. Also bei der alten Map gab es ja nur den zum Haussprengen. Ne. Meine Maus dreht sich nicht mehr. Okay, hier ist ganz viel Blut. Okay, wegen Leck wäre ich fast runtergefallen. Ja, ich auch. Hier ist ganz viel Blut, aber hier ist keine Leiche, aber Blut ist hier. Okay, fass. Mach bumm. Fass. Da ist auch jemand, was ist das? Das Floor, ja. Und dort. Ich kann hier nicht hochspringen. Hey, es ist Simon. Nein, Dominik ist untergefallen, das ist das Problem. Ja, noch fällst du unter. Mann, wo bist denn du? Ich glaube, wir müssen rum. Ach da. Dann ist Florian da. Mann, ich wollte gerade richtig Action machen. Was ist denn mein aktuelles Item? Hi. Hi. Geh mit deiner Schrott zuwägen. Bildst du deinen Traitor rauchen? Geil, Alter. Ich kann mit Stöhnen Sound, kann ich mich auch voll heilen. Ernst, da wusstest du dich? Soll ich dir alle drei zeigen? Ja, der eine ist da beim Hubschrauber-Ding da, ne? Ja, da ist einer. Soll ich dir alle drei zeigen? Ich weiß nicht. Florian, 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 Florian. Oh, fast. Verdammt. Einer ist der Farschel, ne? Kapper. Ne, der Farschel hat kein Traitor. Wow. Alter. Ah, hier wird mir zu viel rumgeschossen und explodiert. Ja, ich musste mal Fässer clear'n, weil ich will nicht sterben. Clearen. Sektor clear. Ja, erst mal Error. Hallo? Mann, hat Error auf dem Kopf? Ne? Das ist in der Take-9, die ist cool. Ja. Was machen wir, hat ein Error auf dem Kopf? Ja, Traitor-Waffe, ne? Ja. Kannst du mal weggehen, Dominik? Ja, lass den machen, einen Moment. Dominik, 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 Dominik. Dominik, 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 Dominik. Ja, jetzt. Geh mir doch vor die Füße weg. Wir sind hier zu viele Leute. René hat eben gerade was gekauft. So, die Lassernan. Ne. Doch. Nein. Bin ziemlich sicher. Alter. Ich lauf hier rum, wenn ich nichts mehr rede, bin ich tot. Wenn ich tot bin, dann ist das René. Merkt euch das. Ich bin's ja nicht mal. Ich würde ja schießen, aber ich gibt's ja nicht. Wenn ich tot bin, dann ist es ein Traitor gewesen. Wenn ich tot bin, bin ich tot. Ich auch. Wenn ich tot bin, war es ein Traitor. Ne. Was ist, wenn der Detektiv dich tötet? Dann war es auch ein Traitor. Achso. Weil ich bin der Detektiv. Voll Idiot. Kann sich ja selbst richten. Simon ist bei mir. Ich habe Lukas noch nicht die Runde gesehen. Ich wusste nicht, wer der Kiefer war. Guck dir den Dome. Der kriegt die nicht mehr ein jetzt. Der kriegt die nicht mehr ein bisschen schlecht. Ich bleib mal bei Simon. Oh nein, jetzt hat der Dome wieder was zum Lachen. Warum ist da so viel Blut? Ja, ich finde das gut. Warum ist Marvin immer hinter mir? Ich trau dir nicht. Oh, der ist auch nicht. Weg. Aber nicht hoch. Das bedaftes Haus war ja aus Tolles. Hause, Hause. Hier ist kein Faschen. Marcel, lebst du eigentlich noch? Ja. Simon, lebst du noch? Verdächtig leise. Ja, der läuft ja auch verdächtig rum. Wenn ich... Dann ist das René, merkt euch das. Florian, nee. Wo ist du eigentlich, Marcel? Marcel, der verpisst sich immer wieder, wenn ich ihm zu nahe komme. Marcel? Was? Ich glaube, Marcel wurde gerade umgebracht, Leute. Ich glaube aber auch. Oh, scheiße. Da hat Marcel den umgebracht. Ich glaube, Simon ist es. Oh, nee. Dann knall den mal ab. Nee, jetzt macht es nichts. Da liegt eine Leiche. Ich bin auf dem Haus, wenn wir gucken. Da liegt eine Leiche. Wo? Ich habe gerade hier eine Granate. Bei den Twin Towers in der Nähe. Alter, war das gerade ein Läff. In der Nähe der Twin Towers, wer kam von dem? Wer, Simon? Ich bin in der Nähe von den Twin Towers. Also, Simon schießt gerade nicht auf mich. Marvin, gibst du noch? Ich weiß nicht. Marvin? Dominik, hinten rechts. Jungs, ich glaube, Marvin ist bei dem anderen Turm, bei dem anderen Turm, das sage ich dir nicht. Ja, wö? Wo? Ich glaube, Simon ist es. Jungs, Marvin ist tot. Ach, da! Ich habe dir gesagt, da liegt eine Leiche. Ich bin mal Simon im Container. Ja, bei den Twin Towers. Ja, ich kann doch nicht wissen, ob du den größten meinst oder den kleinen. Ja, hättest du gesagt, wo du bist, dann hätte ich besser positionieren können. Marvin ist tot. Ja, das ist Marvin. Nein, nein, nein. Du hast dich eh gedrückt, doch. Natürlich. Hä? Ich hab bei mir jetzt erst... Du hast dich eh gedrückt! Oh, scheiße. Ich habe Fallschaden gekriegt. Will man noch bei Simon? Mit einem Sniper. Und da brennt's. Lukas, lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Ich bin versteckt. Marcel, lebst du noch? Ja. Ähm, Florian? Ja. Simon? Er lebt auch noch. Ja. Er lebt auch noch, sagt aber nichts. Hinter euch ist René, pass auf. Hinter euch ist bei wem? Bei Florian und bei dem anderen. Bei Florian und bei dem anderen. Okay, Simon hat hinter mir die Balken kaputt gemacht zum Rübergehen. Dominik war im Traitor-Shop. Ich hab ihn getötet. Der hat sich vor mir gestellt und dachte, er steht in der Ecke. Aber er stand nicht in der Ecke. Ich hab was geschrieben. Ich bin bei René. Hi, na? Hat das gerade witzig. So ein bisschen von nem, hat was von nem Parcours-Lauf hier. Also ich hab nen Traitor getötet. Simon, was machst du? Ich mag's nicht, wenn man hinter mir steht. Ja, ich auch nicht. Oder vor mir. Simon. Okay, es leben noch vier und ich. Simon, antworte mal. Florian, Marcel, Simon und René. Ja, ich wohne Parcours. Simon. Ja gut, dann killt euch mal alle. Viel Spaß. Simon. Ich bin es nicht. Ich glaub, Simon ist sehr... Der ist sehr ruhig. Ich töte jetzt einfach irgendwen, wenn ihr mich eh töten wollt. Töt mir mal, Miffi. Warum werd ich mal gleich getötet? Weil du schon angehört bist. Ich hab mal angeschossen von... Ich hab Simon mal angeschossen. Ja, hast du gut gemacht. Der hat mich nämlich angeschossen. Aus irgendeinem Grund. Einfach random. Er ist badly wounded, der ist hinten. Ich bin unschuldig, aber werde beschuldigt. So. Und deswegen schießt du einfach mich random an. Ja. Nice job. Du hast angefangen. Was? Womit denn? Wen hab ich denn angeschossen? Ich hab gerade Dominik getötet. Der hat sich vor mich gestellt. Also Simon, das ist ja eine ganz schwache Begründung. Simon ist am Helikopter an der Plätze. Es ist keiner badly wounded. Alle sind full life. Ja, ich hab Fallschaden und Simon hat mich gerade angeschossen. Weil ich hab... Ja, 10 Sekunden, ne? Für mich ist es Simon. Overtime. Hier. Overtime, Junge. So. Ach. Jetzt muss der Trailer so langsamer was machen. Außer es sind 4 Minuten, ne? Simon, wirst du nervös? Simon? Ja. Ich werde nervös. Ich töte mich einfach alle. Was ist mit René? Wird der nicht auch nervös? René kommt auf mich zu gerannt. Ja, René. Ach, du lebst auch noch, Florian. Ja. René ist ganz schön komisch. Ja, ich hab gerade auswesend meine Shotgun weggeworfen, weil ich eine andere Systeme aufsammeln wollte. Ja, dann killt euch mal gegenseitig. Warte, wer ist das? Ich hab... Ich wurde angeschossen. Von wo? Simon hat geschossen. René war in meiner Nähe. Ich hab Simon gekillt. Aber warum? Weil er auf Florian geschossen hat vielleicht? Ja, aber guck mal, er ist doch auf jeden Fall kein Traitor. Lukas? Ja? Florian oder René? Ich. Wenn du mir vertraust. Alter! Er ist gestorben bei mir. What? Ich hab Florian umgebracht, tut mir leid. Er kam entgegen und war wounded, deswegen dachte ich, er hat mit ihm gefahren. Tut mir leid, Florian. Das schört dir da keiner zu, Mann. Tut mir leid, Florian. Ich dachte, er hat gerade gefahrt. Wer war hier zufrieden? Wenn ich sterbe, ist das René. Nur klar, schreibe, schreibe, schreibe einmal was, einmal schreibe ich was, stell mich extra in die Ecke. War's René? Ja, ich war's. Fuck, Alter, ich hätte dich killen sollen.